Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen. Mit diesem Zitat von Paolo Coelho möchten wir euch herzlich morgen am Samstag, dem 10. November, an das Klinikum Lüdenscheid einladen zu unserem Tag der Ausbildung und unserer Jobrallye. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr habt ihr die Chance, an 16 Ständigen euch über 24 Ausbildungs- und Studienberufe nicht nur aus dem medizinischen Bereich zu informieren. Wenn ihr an unserer Jobrallye teilnehmt mit einem spannenden Quiz, habt ihr die Chance, ein Tablet zu gewinnen. Wir wünschen euch für den morgigen Tag insgesamt viel Erfolg, spannende Einblicke und wir freuen uns auf euch. Bis morgen!